Dies ist ein Informationsvideo der Stadt Bern mit gesprochenen Untertiteln. Freizeit, Kultur, Kunst und Bewegung – Angebote für Kinder Der Bereich Soziokultur bietet viele Angebote für Kinder, die wir Ihnen in diesem Video gerne vorstellen. Es folgen Informationen über Ferien und Freizeit für Kinder. Der Dachverband für die offene Arbeit mit Kindern in Bern, DOC und seine Mitglieder betreiben folgende Spielangebote. Kinderchöbu Kinderatelier Binsgut Kindertreff Mali Kindertreff Czarni Kindertreff Jojo Sie finden die Links zu diesen Angeboten unter diesem Video. Spielplätze Betreut, nicht betreut und mobile Spielangebote In Bern gibt es betreute und nicht betreute Spielplätze. Bei den betreuten Spielplätzen sind Animatoren oder Sozialarbeiterinnen vor Ort. Betreute Spielplätze in Bern sind der Spielplatz Lengmoor und der Spielplatz am Schützenweg. Sie finden die Links dazu unter diesem Video. Es gibt auch mobile Spielangebote in Bern. Diese sind auf den Begegnungsplätzen in den Quartieren unterwegs. Zu den mobilen Spielangeboten gehören der Spielplatz Lengas, Spielmobil Bern-West, Spielbetrieb Lorraine und das Spielrevier. Sie erhalten in den Links unter diesem Video mehr Informationen. Sie finden die Spielplätze auf unserem Stadtplan. Den Link zu diesem Stadtplan finden Sie unter diesem Video oder auf der Webseite www.spieleninbern.ch Wir informieren Sie auch gern telefonisch 031 380 88 40 oder per E-Mail. Info at spieleninbern.ch Diese Informationen finden Sie unter diesem Video. Fäger – Berner Ferien- und Freizeitaktion Möchten Sie, dass Ihre Kinder in den Ferien und am Wochenende etwas Neues erleben? Im Fäger erleben Ihre Kinder Ferien und Freizeit für wenig Geld. Sie erhalten Informationen unter www.fäger.ch oder Telefonnummer 031 321 60 40 oder per E-Mail fäger at fäger.ch Diese Informationen finden Sie unter diesem Video. Es folgen Informationen zu Kultur, Kunst und Theater. Kids West Das Atelier Kids West ist das freie Kunstatelier für Kinder und Jugendliche in Bern-West. Zusammen mit Kids aus der Nachbarschaft können Kinder und Jugendliche in den verschiedensten Bereichen künstlerisch experimentieren. Auf der Webseite www.kidswest.ch finden Sie dazu mehr Informationen. Sie erreichen uns per E-Mail, mail at kidswest.ch Diese Informationen und die Telefonnummer finden Sie unter diesem Video. Westwind Westwind ist ein Kunst- und kulturpädagogisches Projekt für Kinder und Jugendliche in Bern-West. Auf der Webseite www.westwind6.ch finden Sie dazu mehr Informationen. Sie erreichen uns per E-Mail. info at westwind6.ch Diese Informationen und die Telefonnummer finden Sie unter diesem Video. Junge Bühne Bern Die Junge Bühne Bern umfasst Theaterclubs für Menschen von 6 bis 26 Jahren. Sie finden dazu Informationen auf der Webseite www.junge-bühne-bern.ch Sie erreichen uns per E-Mail. info at junge-bühne-bern.ch Diese Informationen und die Telefonnummer finden Sie unter diesem Video. Es folgen Informationen zum Thema Politik für Kinder. Kinderparlament KIPA Beim Kinderparlament der Stadt Bern können alle Kinder mitmachen, die in Bern wohnen und zwischen 8 und 13 Jahre alt sind. Das Kinderparlament hat jedes Jahr 30.000 Franken zur Verfügung und bestimmt selbst, wofür es das Geld nutzt. Sie erhalten mehr Informationen zum Kinderparlament unter www.bern.ch-kipa oder der Nummer 031 321 69 10. Sie erreichen uns per E-Mail. soziokultur at bern.ch Diese Informationen finden Sie unter diesem Video. auf www.bern.ch-kipa